Ich weiß, wir sind ja bald Munizium. Okay, jetzt soll ich mehr mit Schweinchen helfen. Da liegt was. Da ist ne Küste. Ja, hier blinkt aber auch was. Ich seh nichts los, mal bitte herkommen. Da ist drüben. Kannst du noch mal bitte, bitte hier hin leuchten? In die Ecke. Da, genau. Ich will nur sicher sein. Du brauchst Munition. Wo ist ne Küste? Ja. Bitte. Oh, immer am Ende wird das rot. Das hasse ich. Ende ist es halt. War da nicht eins zum basteln? Hier? Oder nicht? Nein. Hier ist das langes. Sieben auf der Karte, wenn da was ist. Munition gefunden? Was ist das? Wie ist ein Hebel? Ja, den müssen wir gleich betätigen. Oder? Ja. Ah, ne. Das war doch hier mit dem Dings, nicht wahr? Ja. Wo die rübergeklettert sind. Können wir jetzt zurück. Oh. Das hab ich vorher nicht gesehen. Hm. Ich seh ne Jux. Wo bin ich? Ich greife auf die Karte. Da kannst du drunter kreffen. Da ist bestimmt ein Monster drin. Nein. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Toll, wieso muss ich jetzt hier durchklettern? Ich mein hier hätte ein Monster drin sein können. Und schon wieder bin ich unbewaffnet. Ey, wieso gehen wir wieder zurück? Die Steine ist keine Waffe. Diese gehen gar nicht wieder zurück. Wieso wollen wir das? Achso. Pass auf, da vorne ist etwas. Da geht jetzt dieses Ding. Ja. Warte, lass mich das weg machen. Geht schon. Hast du jetzt Schaden genommen? Nein. Ich bin ausgerechnet. Ich hatte gerade hier ist... Kann man es öffnen, aber geht nicht. Blinkt etwas? Nein. Gucken, vielleicht ist dieses so ein blaues Emblem hier irgendwo. Hm, die haben fast alle neuen Stücke. Was ist das? Achso. Ne, das habe ich schon genommen. Dann nimm es doch wieder. Ja. Da muss man nie zu verschwenden. Ja, was ist das denn? So ein blaues Emblem, aber wenn das so ist, dann ist das schon benutzt. Achso. Wir werden beobachtet. Du bist falsch. Und ich bin richtig. Ne? Ach, hier waren wir mit Moira und so. Mhm. Aber dass sie dann wieder so weit zurück lag, wenn jetzt wieder den ganzen Weg läuft. Mhm. Das ist ja... Drei Monate hin und dann auch. Gut. Legen wir einen Zahn zu. Okay, wir müssen wahrscheinlich da hin, aber erstmal woher müssen. Ah, das ist dann die Tür, die... Was? Machen wir erstmal die Tür auf. Hier ist ne Kiste. Ja, komm rein, komm rein. Wo ist ne Kiste? Hä, wo bist du denn? Guck auf, da auf die Karte. Ja, und das verwirrt mich halt mit dieser doppelten Kamera. Du guckst ja auch nicht auf meiner Karte, auf mein Dings. Ich auch. Nein. Ich gucke die ganze Zeit auf deinen Bildschirm. Lügner. Ich kann nicht auch nur auf meine Bildschirm gucken, weil das da auch geteilt ist. Ich seh den ganzen Bildschirm. Ne, da war er grad... Aber wenn ich nur die ganze Zeit auf die Karte gucke, um zu laufen, verwirrt mich das. Ich hör was. Da oben. Vor uns. Ne, es kommt noch nicht. Es ist über uns aber. Über uns auf der Etage. Und du musst gucken. Ich hab keinen Stein. Doch hab ich. Den bringt den Stein eh nichts. Das Monster kommt! Okay. Guck ich die ganze Zeit drauf, ich merke, wenn du das. Hä? Was soll ich denn dir das zeigen, wenn du das gar nicht mehr von hier aus siehst? Ich war auf deinem Bildschirm. Da drüben ist etwas. Was? Dafür ist... Es ist irgendwo da in der Nähe. Da wo du drin wirst. Hier geht's rein. Ich will mich hier kurz umziehen, aber zeig mal bitte mit dem Licht überall hin. Vielleicht blinkt da was. Da. 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 Ohne das Licht seh ich nicht viel. Ich lass mal jetzt nach oben gehen. Hmm. Lass mal jetzt nach oben gehen. Ich seh nix. Da. Die Treppe. Ja wie denn? Ich seh ja fast gar nix ohne Licht. Ok, wir müssen hier hin. Dann müssen wir wieder zurück. Tut mir nicht leid. Aber es kam doch gerade von oben, oder? Ja. Ok, ist da das Viech? Ja. Ok. Sag mal nicht, dass da irgendwo ein Loch ist. Ich würde da nicht durchgehen. Doch. Lauf einfach durch. Wo ist denn die Tür? Ich seh nix. Da, geradeaus. Ich seh sofort rechts. Ich seh ja gar nicht. Ich seh ja gar nicht. Ich seh ja gar nicht. Ja. Siehst du, mein Stein macht doch was. Hm? Mein Stein ist auch böse. Er macht was. Was hat er denn gemacht? Ich hab getroffen! Achso. Machst du nochmal hin mit dem Licht? Ich glaub hier hat was geleuchtet. Ich glaub hier hat was geleuchtet. Hm. Hm. Na ja ok. Wir müssen wieder nach oben, oder? Hm. Du bist falsch. Hä? Hä, wo bin ich denn? Du bist wieder hier. Och. Ey, ich verfolg dich jetzt nur noch. Aber du lauf nicht so schnell. Sie ist ziemlich langsam. Überall Steine. Hier ist der Flieger reingerast. Was ist der Flieger reingerast? Stopp! Na das nenn ich mal ordentliches Einparken. Sehr laut. Hm. Jetzt hab ich wieder keinen Stein. Nur weil du das Ding runtergeschützt hast. Ja. Ist nur ein Stein. Weil ich trau mich nicht. Ne, da müssen wir rein. Glaub ich. Glaub ich nicht hin. Da ist ne Kiste. Hu 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 hu. Komm komm komm. Ich wieder sie. Das ist dieser Typ. Ja. Oh fuck. Das Monster kommt. Wow. Fuck. Ich treff ihn so nicht. Kann man die Tür nicht ja über Zoom machen. Komm her. Komm her. Okay. Das Monster kommt. Oh. Das hat mich getrocknet. Oh. Wo bist du? Das Monster kommt. So. Ist tot. Glaube ich. Hoffe ich. Nein. Das war knapp ey. Geht sie noch irgendwo lang? Komm her. Komm her. Geh da weg. Du kannst dagegen nichts tun. Geht sie noch mal. Das Monster kommt. 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 Uah. 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 Das ist so knapp. Uah ha ha ha. Wo ist er? wir müssen das jetzt machen selbst durch bitte schieß nur wenn ich das anvisiere weil ich zeig dir auch extra die schwachstelle es ist hinter dir her ich weiß lass mal runtergehen hat er dich getötet? er hatte dich, ich habe ihn gar nicht gesehen wieso du runtergehst? ich meine, wir haben ja besten möglichkeiten zum ausweichen wir müssen jetzt eh noch mal einen schnitt machen ja 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 ja